Meinungsverschiedenheiten, Konflikte, Krisen, ja, das ist die Stärke von Wikipedia. Aber diese Kompetenz, welche aus kollaborativen Schreibsystemen entsteht, du, nicht einmal Wikimedia Deutschland mag es zeigen. Und professioneller Informationsjournalist schon grad gar nicht. Uh. Mit Theresa Hannig sind wir es durchgegangen. Weisst du, jede Änderung bei Wikipedia wird im Hundertstelsekundenbereich dokumentiert. Und dann siehst du etwas völlig anderes. Wiki für alle. Ah ja, nicht die real existierende, die andere, weisst du? Mit Skandalisierungsgeschichten, wie es Theresa Hannig macht. Wiki für alle. Hier. Woman Edit. Hey, da kannst du jetzt auch Top Voice werden bei LinkedIn. Ja, 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 ja. Möglichst einfach, aber nicht einfacher, gell? Verehrte An- und Abwesende. Genau heute, vor 89 Jahren, hat Albert Einstein um etwa die ähnliche Zeit gesagt. Verehrte An- und Abwesende. Und wenig später kam dann Feind, hört mit. Paul Watzlawick hat als Funker in der Kommunikationsabteilung diesen Wahnsinn miterlebt. Ja, du kannst nicht-nicht kommunizieren. Du kannst nicht-nicht unterscheiden, nicht-nicht beobachten, nicht-nicht handeln. Kursbuch, März 67, Enzensberger. Die Automaten lernen bekanntlich exzellent, nur hoffenbar nicht dichten. Ganz dicht war der schon von Beginn weg nicht. Kluge Fragen. Den Jungen, nicht den Verräter. Setti Plent sagte mir einmal in einem persönlichen Gespräch, Ach, weisst du, Stefan, jetzt haben sich die Männer mal so ein bisschen mit diesem Internet die Hörner abgestossen. Phase 2. Wikidienstag.ch Producing Data Literacy Wenn du auf wikidienstag.ch gehst, findest du ganz oben diesen Link auf Meta, wikimedia.org, wikidienstag. So, und auf der Diskussionsseite dieser Seite findest du meinen Sprint, wo ich beschreibe, was ich tue. Hier entwickle ich diese Intervention, diese sozialräumliche, diesen rechten Raum. Das ist ein ganz normales Wiki, also einfach bearbeiten und zack, veränderst du diese Seite. Okay, aber hier habe ich jetzt also meine fünf Fragen, mit welchen ich im Moment rumziehe. Und da kannst du, wenn du magst, reinschreiben oder, ja genau, meine fünf Fragen. Und was ich sonst noch tue, ist unter aktiv gelistet, wo, was als nächstes kommen wird, ist unter wartend. Und was schon abgeschlossen wurde, ist unter, ja eben, abgeschlossen. Das ist also der Sprint. Und die Feedlogs, also wo wir live darüber sprechen, was wir am machen sind, das geht dann wieder los am 3. September. Restart. Phase 2. Und dann läuft aber schon an der ZHTK. Smart Setting. Ja, hey, das ist Video, du kannst anhalten. In der Videobeschreibung hast du alle Links. Hey! Im Namen des Ergust, der Wutel, des Heiligen Zorns. Es geht hin. Unruhe.